Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video über Einsteins Postulate. Albert Einstein ist eine Ikone der Physik, der am Anfang des 20. Jahrhunderts mit seinen Relativitätstheorien, der speziellen und der allgemeinen Relativitätstheorie, die Grundfesten der Physik erschütterte. Unter anderem veröffentlichte er die berühmteste Formel der Welt, e gleich m mal c². Aber was hat Einstein denn nun wirklich vollbracht? Wir werden uns mit den zwei Postulaten aus der sogenannten speziellen Relativitätstheorie beschäftigen, mit denen alles anfing. Hierzu wiederholen wir zunächst das Relativitätsprinzip nach Galilei, die Äther-Theorie und das Michelson-Morley-Experiment. Darauf aufbauend können wir dann Einsteins Postulate, nämlich das Relativitätsprinzip und die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit erklären. Zum Schluss wollen wir deutlich machen, welche Konsequenzen sich aus Einsteins Postulaten ergeben. Der berühmte Universalgelehrte Galileo Galilei formulierte 1632 eine wichtige Beobachtung. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.